Ich bin jetzt 49. Ich schlage jetzt die zweite Hälfte meines Lebens ein. Und ich habe mir vorgenommen, nur noch Sachen zu machen, die Spaß machen. Und all die anderen Sachen mache ich heute wieder. Habe ich noch eine Chance, zum Meistervielbiet vom FC Schalke zu feiern? Nein. Oder Bayern München muss ausziehen aus der Liga. Ich glaube, dass ein heutiger Fußballer das Geld regiert. Und Bayern ist so stark. Dort links und rechts, wo es auf dem Akonten stehen, da kommt kein Verein in Deutschland mehr ran. Normalerweise muss Leverkusen spielen für die europäischen Plätze. Das werden auch noch zwei verlorene Spiele nicht anders sein. Samstag ist es wieder Bayern München, Bayern Leverkusen. Eigentlich müsste sie was mitnehmen. Was ist der erste Trainer in Deutschland? Mein erster Trainer in Deutschland war Friedan Vogel. Ich wünsche ihm alles Gute. Er weiß auch, dass es ein sehr schwerer Job wird. Mit seinem Kader, mit seinen finanziellen Möglichkeiten, die er hat. Das Maximale zu schaffen und es darin zu bekommen. Bei der WM waren zu viele Jungs, die den Ball haben wollten, um an ihre 96% Passquote zu kommen. Wir werden sehen, wenn Deutschland gegen Roland spielt. Beim nächsten Länderspiel, wie ihr das verstanden habt. Also ich halte mich hier ein bisschen zurück.